Heute sind wir im Opelwerk in Kaiserslautern. Ein ganz wichtiger Standort für die Westpfalz, der ja jetzt auch gestärkt wurde durch das Batteriezellenwerk, das kommt. Die Opelaner sind stolz auf die Produktion der drei- und vierzylinder und es ist sehr spannend, das hier zu erleben. Die Technik ist sehr fortschrittlich, Technologieoffenheit ist entscheidend. Auch der Diesel, das war schon immer meine Meinung, darf nicht verteufelt werden. Sollte